Servus zu einer neuen Aufnahme Anno 1800 im Gemeinschaftsprojekt mit Jens. Hallöchen! Wir sind in der Staffel 2, heute Folge 5. Juhu, es geht vorwärts. Mehr oder weniger. Aktuell haben wir wieder kleine Probleme. Uns gehen die Leute aus, oder das Geld, oder beides, oder sonst irgendwie. Wie immer halt. Gell, Jens? Jupp. Also, und bevor wir uns auf eine weitere Insel vergnügen, einen zu verleiben, bleiben wir erstmal hier. Auf diesem kleinen Inselwelt. Also, auf geht's, fortsetzen. Wie sieht's eigentlich mit dem Bier aus? Woll' gerade gucken, im... Feld. Feld? Oh, aber ganz stark, du. Hm, ne Seife nimmt auch ab. Obwohl ich die schon verdoppelt hab. Oder hast du rausgenommen? Aber was, ach, ist klar, weil kein Malz da ist. Ich schaue jetzt erstmal nach. Wapp, 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 wapp. Deswegen misch ich mir nie ein. Wir haben zwei hier von Malz braucht 1,30. Moment. Das haben wir anders, das war auf 30 Sekunden gesetzt. Malz braucht Produktion 30 Sekunden. Ja, passt ja. Also zwei Ausbaustufen vom Bier. Das heißt, für ein Bier brauchen wir aktuell 75 von den Handwerkern, bräuchten wir 150 Handwerker. Haben wir nur 117. Äh, nee, war mit 150, 175. Ja, ich baue die Handwerker schon aus. Aber wir brauchen 20, 40. Wir brauchen auch nochmal um die 100. Hättest du zurücknehmen können, die Arbeitskräfte, die Handwerker. Nee, die Arbeitskräfte brauchen wir. Bauern und Arbeitskräfte, keine Handwerker. Jetzt fehlt's Holz. Ja, ist doch normal. So, wir brauchen für 30 Sekunden für den hier. Wenn ich den hier ausbaue. Brauche ich zwei von denen, ey. Brauche ich hier unten noch einen Marktplatz. Dann brauche ich auch noch zwei Getreide. Bauen wir jetzt so viel in die Richtung, das weißt du. Ja, aber sonst kriegen wir die Leute nicht mehr hin. Dann müssen wir uns später noch ne... Ich bin erfüllt von Dankbar. Dings besorgen. Ne andere Insel. Nutzt ja dann alle nix. Das wird auf jeden Fall in die Richtung gehen. Ich brauche aktuell nur noch 75 Handwerker. Äh, die Arbeitskräfte. 56, ja. Die brauche ich auch nicht mehr. So, das was ihr jetzt braucht, sind drei von denen. Und zwei. So, wir haben wir da auf die Mälzerei-Optik kommentiert. Da brauchen wir zwei auf der. Hier brauchen wir vier. Die haben wir. Hä, wieso zeigst du dir an, ich hätte das Spiel verlassen? Ich speichere mal kurz ab. Hat mir gerade angezeigt. Mach mal Pause. Ne, geht bei mir auch. Geht sofort an. Also, ich bin noch im Spiel. Anno spinnt. Ubisoft spinnt. Sag mal richtig. Bei denen, die spinnen, sind Ubisoft. Ich muss ihn hochpacken. Was haben wir problemen nachher? Und da fährt alles hier rüber. Das will ich genau eben nicht. Ich bin noch im Spiel zu plus fünf, okay. Du bleibst schön bei euren Zeiten, sonst haben wir nachher ein Problem. Also, Bier sollte jetzt wieder steigern, haben wir verdoppelt die Produktion. Ich habe auch ein paar Arbeitskräfte, Handwerker dekrediert zu Arbeitskräften. Jetzt haben wir da, boah. Seifi steigt noch, Arbeitskleidung fällt extrem. Ja, hier auf der Insel kann ich ein bisschen... Nö, das ist alles okay, ist alles okay, kopieren. Was die Kraft angeht. Ah ja, ist klar, der holt auch 50 Tonnen ab, muss er noch gar nicht. Hier kann er weniger wegholen. Auf der Insel muss er weniger wegholen. So, muss ich ein bisschen reduzieren. Sie haben uns aus der Gosse geholt. Ich schicke dich da gerade wieder zurück. So. Sie haben uns aus der Gosse geholt. Jo, ich schicke dich genau da wieder zurück. Ähm, hilft nix. Hilft alles nix. Wir brauchen noch 250 Handwerker, dann können wir die großen Handelsschiffe bauen. Aber da muss ich mich erstmal mit einem kleinen begnügen. Ja, ich habe jetzt gerade ein paar zurücksetzt. Aber die kann man noch hochsetzen wieder. Ja, ja, lass mal. Lass erstmal so. Wenn das Varieté gebaut ist und die vielleicht noch mit Konserven beliefert werden, dann könnte es was werden. Aber das machen wir später. Als erstes muss erstmal das Varieté dann. Aber da brauche ich 50 Steine für. Kann ja auch sein, dass wir das komplette Glasproduktion und nachbauen. Was? Ja, Glas ist okay, aber Steinproduktion, die brauchen ein bisschen länger. Wie viel zinkst du im Moment? Nimmt stark ab, minus sechs. Also wir haben jetzt drei von diesen Arbeitsteiler-Fabriken hier drauf. Von dieser Fabrikationsanlage. 30 Sekunden, wie lange brauchen die? Auch 30 Sekunden, dann passt das doch eigentlich. Ich bin stets fleißig wie eine Biene. Ein Feld bestellt sich ja nicht von selbst. Ich verstehe das nicht. Man muss auch nicht alles verstehen. Ne. Eigentlich müsste das dann schon ausgewogen sein, aber ist es nicht. Ist wurscht. Schnaps ist okay, Fisch ist okay. Aber ich muss mal langsam ein Depot bauen. Ich habe keine Lagerkapazität mehr. Ach nee, dafür bräuchte Steine. Ja, ich habe gerade 20 verbraten, um ein Lagerhaus auszubauen. Nee, auf der anderen Insel. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, das brauche ich gleich mal. Wir helfen mit Verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Das war das Einzelschiff, was du da bauen konntest. Oder wie war das? Wo ist er? Unterhalb, oder? Ich habe schon wieder vergessen, was ich damit wegtransportieren wollte hier. Heute kriegen sie es, aber... Neue Befehle? Hey, eine Pause und... Ach nee, schon war ja das kleine Schiff, stimmt. Das ist das kleine. Den Clipper können wir noch nicht bauen. Noch nicht. Ja, bauen wir eine Fregatte, den können wir bauen. Ja. So, das haben wir... So, das ist schon mal das. Rot kann ich jetzt machen, wenn genug Ziegelsteine da sind. Und da ich nur eine Ziegelei habe, muss ich ein bisschen warten. Willst du etwas kaufen oder suchst du meinen Rat? Rum oder Schokolade? Ne, super. Schnapsblatt stabil. Oh, da bin ich mal gespannt. Pelzmäntel für 900, okay. Ich beobachte sie auf Schritt und Tritt. Ja, dass die Bretter fallen, weiß ich. Ich habe ja auch ausgebaut. Also theoretisch kannst du doch die Kohle dauerhaft in Handel einrichten. Beim einen die Kohle holen, beim anderen verkaufen. Oder wäre das einfach nicht? Weil der ist irgendwie die Hilfe 20 an und der andere kauft sie für 32. Ja, ja, wie gesagt, theoretisch. Wir helfen, wo wir können. Wenn du es dir anschaust, passt sonst nichts. Das ist so terrisch. Ich mache mal ein bisschen Geld damit. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Immer wieder. Ja. Jetzt habe ich gleich vergessen, was ich damit wegfahren wollte. Ach so, wir müssen uns überlegen, auf welche Insel wir nach Höhe das Gulasch produzieren. Also die Zutaten kann ich hier herstellen. Ich bin mal gespannt. Lass mich mal schauen, ob das was bringt. Oder ob der nachher ein Problem hat. Zu wenig Bauern geht gerade nicht. Wenn es wirklich was funktionieren sollte, wäre es praktisch. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Die steife Brise ist mal unterwegs auf der einen Testroute, sagen wir es mal so, ob das was bringt, muss ich mal schauen. Ja, der Schnaps nimmt auch endlich zu. Das ist auch recht stabil. Das ist auch recht stabil. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Achtung. Der Bosch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lass mich raten, ich produziere zu viel Schwein. Ne. Zu viel? Wenig, oder? Ich verstehe es gerade nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste eigentlich steigen. Müsste eigentlich ausgehen. Ne, ist egal. Sind sie zum Tee zurück? Habe ich gemacht? 2, 4 sind es eigentlich bereits. Was ist Vasenreihe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum fällt ihr die 6? Nicht doch. Verschwenden sie nicht anderer Leids Zeit. Schiff vom Stapel gelaufen. Was hattest du gebaut? Schau nach. Auf die alte Dame. Ne, kann doch nicht. Oh, voll ist eine Fregatti. Die kommt genau jetzt zu so abgelehntem Gleitschutz. Ihre Fabriken. Na super. Ein Feuer ist ausgebrochen. Da genau ist keine Feuerwehr. Ja, ich baue schnell eine hin. Das reicht dann meistens noch, da kriegen sie dann im Griff. Bitte, mein Lebenswerk verbrennt. Ja, ich muss erst mal schauen. Hochofen ist explodiert. Ja, passiert halt. Was der explodieren kann, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, gerade gelöscht. Gut, gerade gelöscht. Da fehlt uns jetzt immer noch. 256 Arbeiter. Äh, Handwerker. Okay. Sie helfen uns, oder, Boss? Lieferaufgaben? Keine Ahnung. Auf der Insel. Hm. Könnte vielleicht machen, wenn ich nicht wüsste, sie verstehen mich. Was gibt's, Boss? Sieben Tonnen, ja. Hey, ich hab'em Wort gehalten. Hey, ein Schiffsbauer. Minus 30% Arbeitskräfte. Das ist gut. Dafür, dass du null brauchst. Brauchen wir zum Bauen überhaupt Arbeitskräfte? Aktuell heißt es null Arbeitskräfte auf der, äh. Ach, deswegen, sich fällt es uns, steigt das. Ich sage, wenn du einen Schlüssel brauchst, werden die Arbeitskräfte geholt. Ja. Danach werden sie direkt wieder entlassen. Ja. Ach, du mieses Teil. Nein, ich sage, war ganz mies. Das fällt mir jetzt erst in der zweiten Staffel auf. Kurs gesetzt. So, wir fahren jetzt. Was sagst du hier ins Item? Hm. Hm. Ein Schiff erster Klasse. Ich glaube, du hast auch nichts gescheitzt. Schoner steht bereit. Wie viel Kohle hast du jetzt eigentlich wieder da? Ich habe gar nicht geschaut. Ach so, der produziert das ganz langsam nach, die Kohle. Mhm. Also lohnt sich eigentlich dann nur das kleine Schiff? Das ist am Ende auch nicht voll ausgelastet ist, aber trotzdem hinter pendeln kann. Mein Ding ist mein Gefängnis. Braucht das meine Geschwindigkeit oder sonst irgendwas? Das kannst du gar Verlangsamungen haben. Wofür habe ich dieses olle Schiff geworfen? So, das ist halt jetzt geladen. 84 Kohle. Wer mag schauen, wie das nächste Runde aussieht? Wenn der kommt. Wenn es um den Dreh rum passt. Ja, ich brauche einen Stein. Die Kirche brauche ich, ich weiß. Ein topeliger Stein. An die Segel und Rassen. 1800. Erhöht eigentlich. Na ja, wenn ich wieder Steine habe, dann brauche ich einen Pflasterweg. Dann ist hier Weichweite höher. Im Musikpavillon ausgerüstet. Geil. Ich brauche wieder fünf Steine. Ich biete Ihnen, wie immer, meine bescheidenen Dienste an. Ich bin. Ja, ich frage mir. Wo wo? Die da hin? Ich bin. Ich bin. Ich glaube, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Es hat schon eine Frachtverlamsamung drauf und trotzdem... Er ist jetzt fast angekommen und müsste wenigstens auf... Er ist bei 16. Er hat noch nicht mal die Hälfte von 25 erreicht. Äh, von 50, also 25. Das funktioniert nicht. Das kannst du immer nur nebenbei machen. Ja. Oh, ich hab doch keinen Handwerker mehr. Rote löschen. Deswegen hab ich die noch nicht so genommen. Auf die alte Dame ist Verlass. Das sollte eigentlich in Ruhe passen. Ach so, wie viel Glas haben wir denn oben auf der Hauptinsel? Glas auf der Hauptinsel. Ja, also da... Auf der alten Hauptinsel. Ja, ja. Wo geht's mal schauen? Glas 102 Fenster. Ja, ich brauch mal 50 Tonnen. Fenster oder Glas? Äh, Fenster. Ja, 102 steigend. Ja. Ich muss mal 50 Tonnen klauen. Ich komm schon mit dem Schiff rüber. Dafür ist es doch da, die Produktion. Die kann man auch ausbauen. Genug Leute. Die Jagd vorgeplant ist ja alles schon in der Richtung. Das ist wichtig. Das können wir uns nicht leisten. Dafür ist es aber auch nicht gut genug. Ich lotse sie von hier bis zum Abgrund am Ende der Welt. Sollte ich verkaufen wir noch. Das waren immerhin... Da hat er immer so um die 2000 gebracht. Hat 1500 kostet. Also 500 hat es jedes Mal gut gemacht. So ist es nicht. Aber es macht noch keinen Sinn. Naja, das ist immer so eine Sache. Ob das Sinn macht oder nicht. Mhm. Es war ein Versuch wert. Aber wir sind einfach zu nah beieinander, dass irgendwas funktioniert. Da schreit jetzt nur ein bisschen rum. Wir sind jetzt aktuell über 28. Krieg noch nicht mal eine Ladeluke voll. Das macht keinen Sinn mehr. Und damit ist er schneller. Damit kriege ich noch weniger. Und damit ist es noch schneller gelaufen. Er vergisst es doch. Ja, guck mal. Das kann man aber einbauen in eine Linie, wenn man es wissen. Warum holt der hier 50 Tonnen ab? Ich habe dem gesagt nur 30. Steuermann. Ne 20. Ach ne. Ne, da soll er 50. Den Harrigan. Warum holt der hier 50 ab? Der steht auf 20 einladen. Hm. Gerade zu hoch, aber ist egal. Jetzt haben wir 20, ich brauche die Schuhe, okay. Ja, Brot kommt gleich noch. Ah ne, ich brauche erst Brot und dann Schuhe. Ich tue mal kurz deine Wurstfabrik, also die Wurstrute kurz mal abändern. Die nimmt jetzt nochmal kurzfristig, äh. Oh, ich habe da eine Mühle hingesetzt. Ich habe lauter Mühlen hingesetzt, anstatt den Bauernhof. Bin das bescheuert? Oh, bin ich doof. Ja, ja. Weizen kommt. Bleib locker. Es ist ein Mindestlagerbestand vorhanden. Darum kannst du nicht gehen. Da kannst du auch alles mitnehmen, was geht an Wurst. Das habe ich eingestellt. Ja, du sagst mal erst mal. Ich habe es eingestellt. Und wenn er zurückfährt, fährt er über das Gefängnis, holt die Kohle ab, fährt nach oben, liefert die Kohle ab, fährt dann wieder zurück zu mir an ihren Insel. Er macht einen bisschen längeren Weg, deswegen hat er mehr. Ja. Gut. Jede Schiff braucht ein festes Ruf. Sie haben an Einfluss gewonnen. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Dann bist du auch reichen. Ja. Bummer. Ich bin mal gespannt. Ich habe in Arbeit. Bleib locker, Junge. Bis ans Ende der Welt. Zwei Weizenfarmen für eine, für eine Milchproduktion. Der braucht auch eine Minute. Erste Brot wird produziert. Gut, gut, gut. So, haben wir das? Ja, ich bin in Arbeit. Bleib ruhig. Mein Schiff angekommen. Wir stehen hier zwei rum. Alles hier ist höchst zerbrechlich. Ja, die eine ist zurück vom, äh, die Eiskrone war von dir. Die steife Brieze habe ich wieder hingesetzt. Das war die, die kurzfristig auf der Kohle war, nur Kohle geholt hat. Das macht keinen Sinn. Äh, kann ich das andere Schiff für Seife nehmen und für Stahl da zum Runterfahren? Kannst du. Ich brauche es aktuell nicht. Aber wenn nicht, bauen wir uns noch eins. Das Ei, äh, die Fregatte kannst du nicht mehr verwenden. Nein, die Fregatte meine ich auch nicht. Nein, ich meine nur, die kannst du nicht mehr verwenden. Die ist nicht mehr auf der Karte. Die ist unterwegs, äh, in ein anderes Gebiet. Sagen wir mal so. So, wir brauchen, damit ich doch noch weiter ausbauen wollen würde. 150, da fehlen mir sechs. Das heißt, ich muss einen nach oben setzen. Du kommst an die Schule nicht hin? Ist es dein blöder Ernst? Das ist dein blöder Ernst? sorta whack. Ja. Da. so checkhammer das heißt davon brauche ich nochmal 100 die habe ich auch immer kurz mal durch ich kriege alle 15 sekunden ein eisen dazu brauche ich einen zweiten hochofen und eine zweite fabrik außerdem brauche ich nochmal holzkohle ich 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 schnühe ok eigentlich aus so ja mal um hat nee um hat real und ein eisen ist okay Vielen Dank. Vielen Dank. Ich träume von mehr. Ach, deswegen fehlen jetzt... Ach... Was denn? 50 Stein. Nein, 50 Stein fehlt für eine Varieté. Dass die glückliche werden. Habe ich unten auch das Problem auf der anderen Insel. Okay. 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 Was ist denn hier meine Brotproduktion? Reicht noch nicht, die ausbauen. Gut, dann schauen wir kurz noch mal was das Schiff macht. Ne, Diplomatie haben wir ja keinen. Nee. Gott sei Dank. Okay. Ah, warte. Ja, ist okay. Warte, ich muss eben die Felder wenigstens zu Ende bauen. Pause noch fertig. Sind eh schon zwei Minuten drüber. Habe ich. Pause. So, fertig. Also, euch da draußen einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. 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 Hallo. Ciao. Ciao.